Hallihallo Löhchen und damit herzlich willkommen zurück zu Best Mods of Kerbal Space Program hier auf QuizTV. Heute bringe ich euch Near Future Solar. Das ist ein Teil eines Mod Packs, eines großen Mod Packs namens Near Future Technologies. Das sind glaube ich 4, 5, 6 verschiedene Mods. Heute bringe ich euch Near Future Solar. Da geht es vor allem um Solar Panels. Das Ganze wird im Forum geführt von Nerty. Und das Ganze hat als Ziel einen Haufen neuer Solar Panels ins Spiel einzuführen. Von Winziglein bis Supergroß. Wenn ihr es selber auschecken wollt, der Download-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und damit legen wir direkt los. So, also wir haben hier einen MK1 Command Port zum Größenverhältnis anzugeben. Und außerdem habe ich hier die Standard Solarzelle, die es sozusagen im Game gibt. Das ist diese 1x6 Solarzelle, die ich hier verbaut habe. Die soll uns ein großes Größenverhältnis geben. Weil was wir hier in diesem Mod Pack haben, sind teilweise echt große Solarzellen. Und damit fangen wir gleich mal an mit der, machen wir das mal zu, wir werden jetzt nicht fliegen. Die 1x4 Concentrated Photovoltaik Panels. Wie ihr sehen könnt, eine echt schicke kleine, hier M-Kamera, eine echt schicke Behausung mit unlaserlichen Stickern. Keine Ahnung, was hier drauf steht. Das ist Breaking, irgendwas Glass Inside oder sowas wird es vielleicht heißen. Extend, geht das wunderschön auf und ihr seht, eine wunderschöne Animation. Da fahren diese Solarzellen aus. Deutlich größer als die Standardzellen, nicht ganz so groß wie die riesigen, weil standardmäßig hat man ja nur diese, diese kleinen und die ganz große. Und das ist so ein bisschen dazwischen. Dreht sich auch wunderschön, lässt sich auch wieder einpacken. Immer gut, die mit den Shrouts lassen sich meistens wieder einpacken. Leider klipsen die im letzten Moment ein bisschen rein, aber sei mal mal nicht so. Dafür ist die Animation wunderschön und gibt auch eine ganze Menge Energie. Sollte es zumindest, warten wir kurz, bis sie sich dreht. Ja genau, da haben wir es. Hier Energy Flow. Die kleine bietet gerade, die ist im Schatten, okay. Ist egal, bringt einen Haufen mehr Energie. So, next. Next haben wir dieses zusammengefaltete Ding. Das ist das 1x4 High Density Concentrated Photovoltaik Panels. Fahren wir jetzt mal aus. Wunderschöne Animationen, noch ein Stückchen größer, wie ihr seht. Ich mag die vor allem vom Design her, die sind mal ein bisschen was anderes. So, ja ich habe vergessen, dass es gerade Abend ist. Die Sonne ist gerade am untergehen, deswegen machen wir jeweils Schatten, aber ist mal nicht so. So, sieht wunderbar aus, dreht sich auch, lässt sich aber nicht wieder zusammenfalten. Immer guter Hinweis, die mit einem, die in der Kiste stecken, lassen sich wieder zusammenfalten, die anderen nicht. Okay, next. Hier, die Solo Solar Array. Ich finde auch vor allem dieses Gestänge in der Mitte geil, wie das ausfährt. Noch ein ganzes Stück größer, lässt sich jetzt aber auch wieder zusammenfangen, obwohl sie keine Box hat. Wie gesagt, mehr so eine Grundregel. Richtig groß, ich glaube nicht ganz so groß, wie das größte Ding, aber mir gefällt, sieht einfach geil aus. So, next haben wir eine kleine Solarzelle, hier, die sich wunderbar ausfahren lässt. So, wie ihr sehen könnt, ist selbst die größer als die Standard Solarzelle, vor allem kleiner, zusammengefaltet. Sagen wir mal so, dieses Modpack hat praktisch mehr den Sinn, dass es euch eine Auswahl an Solarzellen gibt. Nicht, dass man die jetzt alle einzeln braucht. Es geht halt darum, dass man ein bisschen wählen kann. Ist das die gleiche? Ne, das ist eine andere, merkt ihr? Hoppala. Das ist praktisch die gleiche, wie die zweite war, nur ohne die Kiste. Die lässt sich nicht mehr zusammenfalten. Genau. Hier haben wir wieder eine Kiste, das ist die 1x3 Concentrated. Das ist praktisch kleinere Kiste, auch wunderschöne Animationen. Und wie ihr seht, 1x3, das ist praktisch diese Version mit Kiste. Okay, die kann man wieder zusammenfalten, die hier nicht. Kann man immer wählen. Ich finde es super, dass man wählen kann. So vor allem, okay, bleibt mein Spacecraft wirklich im All? Dann brauche ich sie nicht mehr zusammenfalten. Oder habe ich vor, damit jemals wieder eine Atmosphäre zu betreten? Dann muss ich schauen, dass ich sie wieder zusammenfalten kann. Okay, weiter im Text. Near Future Solar hat nämlich ein paar richtig geile Ideen. Zum Beispiel gebogene Solarzellen, wie ihr sehen könnt. Die lassen sich jetzt zum Beispiel nicht ausfahren, die hier, die sind fest. Aber die kann man super gut um ein rundes Schiffchen legen. Kann ich hier nicht die Kamera aimen? Na, machen wir mal so. Hier, drüber. So, dieses hier und diese hier, die sind sozusagen einfach nur mehrere Solarpaneele gebogen angeordnet. Natürlich A, super praktisch, um den Part-Count zu reduzieren. Dass man jetzt nicht irgendwie 20 einzelne Solarpaneele um sein Schiffchen rumlegen muss. Man nimmt einfach einmal so eine gebogene, klatscht die drauf und fertig. Sehr gut ist es. Die passen, glaube ich, für die hier. Also die, die ich jetzt angeklickt habe. Die hier in der Mitte. Die ist für 2,5 Meter Tanks. Das heißt, einmal rumrum sind 4 davon. Passen perfekt außenrum. Und die hier sind für die größeren, ich glaube, sind 4,75 oder 5 Meter Tanks. Für die ganz großen jedenfalls. Da passen die da so perfekt dumm rum. Man kann natürlich auch nur 2 wählen oder 3. Ich nehme immer 4, dann habe ich komplett einmal dumm rum. Okay, weiter im Text. Dann werden wir langsam richtig kreativ. Hier die OKP 100 Blanket Fault Votaric Array. Das ist ein richtig Mod-Style. Guckt euch das an. Bzzzzzz. Riesending. Oh, wenn das groß ist, muss man richtig rauszoomen. Das ist ein Ding, ha? Das ist für Space Stations. Also da, wenn man richtig Strom braucht. Merkt ihr, warum ich so viel Platz gelassen habe? Das macht Saft. Das Ding alleine produziert... Wie viel ist das? 100? 100 EC? 100 Electric Charge pro Sekunde? Mehr als 100. Also die macht einen Haufen Saft. Das ist ein richtig ausgewachsenes Ding. Lässt sich aber nicht mehr einklappen. Also wirklich nur für Space Stations oder für Dinge, die wirklich im All bleiben. Weil, wenn das Ding einmal ausgeklappt ist, naja, wird es echt schwer, damit noch zu manövrieren. So, next. Die 75er Blanket Array. Die ist praktisch das gleiche. Na, komm schon. Nur etwas kleiner. Bzzzzzz. So, durch das an. Und... Ah ja, das war das Teil. Haha. So ein Fächer. Finde ich mega geil. Von der Idee her einfach schon. Dann könnt ihr entweder wirklich, ne, einmal außen rum und habt ihr so einen kompletten Kreis. Oder halt nur so wie eine Finne halt. Oder wie Flügelchen. Finde ich mega cool. Vom Design her einfach. Muss ich unbedingt benutzen. So viel dazu. Auch riesig. Also, denkt dran, dieses kleine Teil hier, das da, dieses hier, ist das Standard Array. Und das hier sind sozusagen die Dimensionen, die wir zur Verfügung haben. Und das ist halt irgendwie 20 mal größer als das Größte, was es im Standardspiel gibt. So, wir haben zusätzlich noch ein paar kleinere Sachen. Und zwar so statische Arrays, die man auch nicht expandieren kann. Die aber so eine Art eingebauten Abstandshalter haben. Kommt sehr häufig praktisch. Also, ich benutze vor allem die Vierer ganz gerne, weil die den Part-Count reduzieren. Anstatt vier einzelne Solarzellen zu nehmen, nehme ich den da. Außerdem kann ich sie entweder hoch oder runter bewegen. Oder entsprechend neigen. Ist ganz praktisch. Ich mag die Dinger. Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Favoriten. Das Teil. Das ist eingeklappt, wie ihr seht. Und wir können es jetzt ausklappen. Bzzit. 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 Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Steht euch vor, hier unten haben wir unsere Rakete. Haben wir die Rakete. Und da haben wir dann sozusagen so einen kompletten Kreis außenrum. Finde ich richtig geil. Also, wenn das nicht cool aussieht. Auch die Textur ist super gut. Finde ich richtig gut. Macht momentan wahrscheinlich nicht allzu viel Strom. Ne. Weil die Sonne kommt gerade ultraflach rein. Also, entsprechend. Naja. Und entsprechend haben wir auch die hier. Ähnlich. Fährt aus. Klappt aus. Und dreht sich. Erzeugt riesengroße Bögen. Also, finde ich richtig geil. Damit kann man bestimmt richtig cooles Zeug machen. Leider habe ich es noch nicht im Karrieremodus benutzt. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Gibt es relativ spät im TechTree. Aber einfach richtig cool. Finde ich. Gefällt mir richtig gut. Einfach mal so ein bisschen die Auswahl haben. Dann haben wir hier noch. Eine etwas simplere Version. Die einfach ausklappt. So. Und sich wendet. Auch so ein gutes Mittelmaß. Also ein bisschen größer als die Standarddinge. Aber nicht ganz so groß wie die Riesendinger. Dass man halt einfach auch für die mittelgroßen Spacecrafts nicht entweder 10.000 kleine Isolarzellen benutzen muss. Oder eine halbe große. Also die Dinger zerschneiden ist immer auch ganz eklig. Okay. Was haben wir hier? Die 1x5 Concentrated. So. Genau. Ein bisschen größer. Also wie ihr seht. Da habt ihr die vierte Auswahl. Bei denen ist vor allem praktisch, dass sie hier so einen Abstand halten. Ihr merkt, ihr habt hier so einen Abstand von dem Spacecraft praktisch. Das ist immer ganz gut, wenn ihr die anbringen wollt an eine Stelle, wo euer Spacecraft dünner ist als vorne oder hinten. Dann wollt ihr nicht, dass ihr zum Beispiel jetzt so ein Teil hier anbringt, wie das hier. Dieses hier meine ich. Sonst habt ihr die Hälfte der Solarzelle immer im Schatten. Natürlich besonders doof. Außerdem ganz cool, dass hier dieses Loch ist. Ich weiß zwar nicht genau, was man damit anfangen kann, aber wie ihr seht beleuchtet, dass die Solarzelle dahinter ist immer ganz nett. So. Und jetzt werden wir langsam richtig kreativ, als wären diese Fächerdinger nicht besonders fancy gewesen. Haben wir so solche. Passt auf. Zups. So schöne Kreise. Guckt euch das an. Ist das nicht schick? Die sind auch so ein bisschen von der NASA inspiriert. Heißt ja auch Circular Concentrated Blablabla. Macht auch ganz gut Strom, vor allem für die Größe. Einfach Tellersolarzellen. Finde ich einfach cool. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ich finde es mega geil. Also ich will es nicht vermissen. Vor allem die kann man auch gut tracken. Also die Animationen sind halt mega. Also. So. Next werden wir richtig groß. Die OCAP 500. Schaut euch das an, wie die erstmal ausfährt. So. Das wird ja riesig. Und dann. Zup. Guckt euch dieses Monster an. Braucht die schon mal ewig zum Ausfahren. Na. Da habt ihr eure Solarzelle. Das sind. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind zehn mal sieben, mal, also das sind 20 mal sieben. Das sind 140 solcher große Solarpaneele. Also da habt ihr. Taugt auch gut für Verdunklungen. Also das macht Strom. Das macht, das macht richtig fett Strom. Das macht jetzt schon 500 EC. Und wir sind gerade bei Sonnenuntergang. Auf Körben. Also da, wenn ihr das Ding verbaut, habt ihr genug Strom. Solange ihr Licht habt, natürlich. So, was haben wir hier? Die Mega, Mega, Mega Lador Solar Array. Ist jetzt natürlich hinter der riesigen, ist jetzt nicht so mega. Ist halt einfach die größere Version von einer von denen da vorne, die wir gesehen haben. Auch gut. Einfach ein bisschen größeres Solar Array. Ist auch deutlich größer als die Standard. Und dann haben wir Trio. So. Und so. Und so. Genau. Wie ihr sehen könnt, Solarpanels in allen Größen, für alle Bedürfnisse, mit allen Vorlieben, mit Abstandhalter, ohne Abstandhalter. Die lassen sich natürlich nicht nochmal, nicht wieder zusammenklappen. Das ist, ähm, doch, die lässt sich, die, die Dreier lässt sich sogar zusammenklappen. Hm, so, so. Also da, manche lassen sich zusammenklappen, manche nicht. Achtet drauf, wenn es euch wichtig ist. Also wenn ihr vorhabt, mit einem entsprechenden, ähm, Solar Array, wieder zurück in die Atmosphäre einzutreten. Achtet drauf, dass ihr eins verbaut, das sich wieder einklappen lässt. Sonst, naja, werdet ihr unglücklich. Es wird nämlich echt bitter, wenn euch so ein Riesending zerpflückt. Äh, die Dinger sind nämlich schweineteuer. Und auch relativ schwer. Also, naja, ist es auch relativ groß. Entsprechend gut drauf aufpassen. So, und als letztes, schaut euch das Teil an. So ein schöner Arm. Die Animationen sind halt schon mal Bombe. Und. So, ein schöner Schirm. Sieht doch gut aus. Ich stelle mir gerade vor den da. Und dahinter perfekt positionieren. Ihr seht das Licht hier auf dieser Solarzelle, oder? Das hier durchs Loch kommt. Dahinter dann dieses andere kreisförmige. Wo ist es? Wir hatten noch so ein kleineres kreisförmiges. Ähm, ich sehe es gerade nicht. Ich habe es irgendwo versteckt. Ich habe es, glaube ich, auch so sehen wie eingefallen. Oder so. Ne, ah, ich habe es, glaube ich, geputzt. Ne, hier ist es. Da. Genau. Dieses kleine Ding hinter das große Ding setzen. Das wäre bestimmt lustig. Okay. So oder so, ähm, haben wir hier auch ein Riesending. Und das macht gerade aus irgendeinem Grund nicht wirklich Strom. Ich weiß nicht warum. Ob das jetzt gerade ein Bug ist. Das Ding macht bei mir irgendwie gerade keinen Strom. Vielleicht macht es auch nur in der Atmosphäre Strom. Ich weiß es gerade nicht. Aber es sollte richtig... Es hat sich zumindest richtig ausgerichtet. Vielleicht ist es auch zu dunkel. Äh, wie ihr sehen könnt, das Licht ist gerade ziemlich mau. Äh, macht das große noch Strom? Ne, die machen alle... Die machen alle... Alle Nullstrom. Ich schätze mal, es ist einfach schon offiziell dunkel. Deswegen gibt es keinen Strom. So oder so. Ah ja. Scheinwerfer sind angegangen. Okay. Also, ähm, in der Nacht macht auch die größte Solarzelle kein Strom. Und Nacht definiert sich in Körbe nicht danach, ob es hell ist oder nicht. Sondern ob die Sonne schon untergegangen ist. Und wie ihr sehen könnt, offiziell ist die Sonne untergegangen. Deswegen gibt es nirgendwo Strom. Aber okay. So oder so. Zusammenklappen lässt die sich auch nicht mehr. Aber ich denke mal, ich habe den Punkt klar gemacht. Near Future Solar gibt einen Haufen Solaroptionen. Da kann man sich alles mögliche angucken. Ähm, je nach Lust und Geschmack kann man sich da seinen Spacecraft zusammenbauen und individualisieren. Und man ist nicht unbedingt gezwungen, auf diese kleine rechteckende Solarpaneele zurückzugreifen. Ähm, ich finde die Dinger super geil. Und ich werde sie bei der nächsten Gelegenheit auf jeden Fall benutzen. Vor allem die Runden haben es mir angetan. Oder die hier, diese flossenartigen. Finde ich mega cool. Wie gesagt, wenn ihr es selber auschecken wollt, äh, Downloadlink ist wie immer in der Videobeschreibung. Ähm, schaut rein. Schreibt mir in die Comments, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt. Ich habe es wie gesagt noch nicht geschafft, die wirklich im Karrieremodus zu benutzen. Aber, die sehen einfach mega aus. Ich muss sie mal demnächst benutzen. So. Wie gesagt, äh, schaut da rein. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr was zu tun ist. Lasst mir ein Däumchen da. Wenn ihr Fragen dazu habt, in den Kommentaren ist Platz dafür. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet bei nächstem Mal wieder ein. Bis dahin. Bis dahin. Sitzung. Bis dahin.